Habt ihr heut Bock auf einige Packbattle Ründchen? Oh, oh ja. Habt ihr da Bock drauf? Ist jetzt mal ne Frage am Rande? Ich rede jetzt hier nicht von Handklatscher oder sonst. Habt ihr da Bock drauf? Ich hab mal ein bisschen eingekauft. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen Bescheid. Aber die, die nicht... Wir haben einige Sachen, ja? Kein Kindergeburtstag. Sollen wir es mal zeigen? Wir zeigen es mal, Freunde. Ich habe drei Sachen. Drei Sachen hab ich investiert. Einmal, den guten Mann sollte ja jeder kennen. Oh, auf den hab ich gar keinen Bock. Den guten Lügendetektor. Auf den hab ich gar keinen Bock. Auf den hab ich überhaupt keinen Bock, Alter. Wir machen es aber auch wirklich so. Einer stellt dem anderen dann auch nur ne Frage dazu. Ah, ich werd leiden. Weil wir ja wissen, dass dieses Ding hundertprozentig immer die Wahrheit sagt. Ja, Kappa. Dann haben wir unter anderem ein kleines Minigame. Wo jeder einen Controller in die Hand kriegt. Dann wird drauf gedrückt. Und wenn der Ton kommt, muss einer drücken. Oder beide müssen drücken. Und wer als letztes gedrückt hat, kriegt einen gezuckt. Aber vom allerfeinsten. Cool. So machen. Einer muss zwei Controller halten. Dann kriegst du so automatisch eingezuckt. Du weißt nur nicht welche Hand. Dann hab ich weiter investiert. Erkennt man das? Ja, ne? Wir haben hier einen Minigame. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Wo ich mir gedacht hab, ich hab mir Kugeln gekauft. Die hier drin sind, Freunde. Ihr seht das ja hier. Und da sind Zettel drin. Mit Bestrafung. Unter anderem auch, dass wir Dinge an euch verlosen müssen. Ohne, dass ihr was machen müsst. Ihr müsst weder ein Abo dalassen. Ihr müsst weder ein Like dalassen. Wäre natürlich ehre, wenn ihr das trotzdem mag. Aber dann wird einfach so rausgehauen. Dann natürlich auch fünfmal Lügendetektor. Zehn Minuten lang die Fresse halten. Wer sich daran nicht hält, kriegt einen aufs Maul. Wir haben einiges zu tun hier heute. Wir haben einiges zu tun. Weißt du wo ich mein? Pulling nicht? Alles von Paluten. Ich guck Paluten nicht. Wenn der das auch hat, okay. Aber das ist kein Geheimnis. Das Ding hier hatte ich schon vor. Musst mir die Lügen. Zehn Jahren glaube ich. Die Dinger gibt es ja schon lange. Da habe ich mir damals aus dem EMP geholt. Und das Ding hier hast du bei Monte und bei Marcel ja auch schon gesehen. Aber für Bestrafung ist das ganz witzig. Ich denke der Greifer könnte heute ein oder andere Mal lustige Sachen passieren. Da auch Merch-Teile verlosen. Also da ist alles drin. Alle Kugeln. Jeder greift sich immer eine raus. D-Cam hat immer mal einen Fehler. Ich weiß nicht ob ihr die aktualisieren muss. Da kommt unten immer so ein Ball. Der ist halt echt scheiße. Weil du kommst ja hier auch nicht raus. Du bist hier drin und kannst ja nicht hochziehen. Du schmeißt den bloß hier auf den Boden. Aber die Idee war geil, Alter. Die Idee war ehrlich saugeil, Mann. Lügendetektor oder Game? Wie willst du das mit dem Pack verbinden? Hm? Wer niedrigste Rating hat. Okay. Also beide und 55 da. Games. Alle sind für Game. Pass auf. Dann machen wir das so. Der Verlierer. Der hat ja eh verloren. Ja. Der muss zwei in die Hand nehmen. Da heißt er kriegt auf jeden Fall ein. Cool. Die Frage ist nur wo. Und der andere? Der muss trotzdem mit reingehen. Aber er kann sich halt retten. Da habe ich noch nicht gespielt. Sind die eklig? Die sind eklig. Ja. Geil. Wir können auch auf Stufe volle Möhre machen. Lass erstmal niedrig ausprobieren. Lass uns erstmal rantasten. Weil ich habe keine Ahnung, Alter. Und jetzt siehst du. Die beiden sind an. Ich habe keine Ahnung was die können. Das werden wir gleich machen, Freunde. Dann starten wir rein. Dann starten wir rein. So. Den habe ich auch noch nicht gemacht. Den habe ich gemacht. Der war scheiße. Jetzt haben die die 55er. Die 55er sind ja eigentlich wie ein 50er. Nur mit Verbrauchserblick noch mit dabei. Ja. Na dann. Dann machen wir den Lachs mal, Freunde. Dann machen wir den Lachs mal. If I die, I'm a Legend. Okay, let's play. Das ist ein geiler Name. Gut. Dann darfst du aber, du darfst rein starten mit dem 55er. Boah, wichtig. 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 WICHTIG SUGA! Boah, du Scheiße. Aber der ist plus zwei, ne? Wegen Wanyaama. Ja, das war's komplett. Ja, geht's hin. Mann! Aber ich werde dich mit reinziehen, Alter. Ich habe gute Reflexe. Ich werde dich mit reinziehen. Ja, ja. Ich werde dich mit reinziehen in den Schlag. Ich kriege ja safe den Schlag jetzt. Aber da ich zwei in der Hand habe, ich werde dir safe auch einen mitgeben. Ich schwöre ich dir. Der ist einfach blau. Letztes Jahr habe ich ein Team of the Mittelfeld aus dem gestellten 55er angezogen. Ja, dieses Jahr auch. Hätte ich dir gewonnen. Äh? 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 Der Schlechter, der, der ich gerade hatte, geht ja auch gar nicht. Lacazette. Der ist so die Peku geworden, ne? Der ist die richtige. Der ist mit Kavachal die größte Peku geworden. Ich ziehe nur Kavachal. Ich ziehe nur Kavachal. Ich ziehe nur Kavachal. Timo, danke für den Fünfer. Batschu und hast du nicht gesehen. Ja, ich ziehe nur Kavachals, Alter. Mein Leben besteht aktuell aus Kavachal ziehen. Ja, dann Abfahrt hier. Hast du Vollscreen neu machen, ne? Ajo. Oh je. Oh je. So, ich muss einen nehmen. Einen, den. Wie ist dich denn raus? Einfach rausziehen, ja. Warum? Ich weiß, dass ich einen bekommen werde. Ich hab ja zwei schon, du Affe. Ich weiß nicht, warte mal. Warte mal. Warum muss man denn draufdrücken? Oh Mann, ey. Wie ihr schon zittert, Alter. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ah, du Hurensohn. Oh. Du Bastard. Ich hab voll einen mitgekriegt. Alter. Hä? Du hast keinen gekriegt? Du hast keinen gekriegt? What the fuck? Warum hast du keinen bekommen? Du hast die Scheiße verloren. Weiß ich doch nicht. Wieso hast du keinen gekriegt? Hä? Du musst doch normalerweise drücken. Geh weg mit dem Teil, wenn du drückst. Alter. Was ist das denn für ein Zehn? Boah, das ist ja immer richtig unangenehm. Ja, wie soll denn das dann funktionieren? Ach, dann musst du so und dann. Ja, dann musst du immer, musst dir eine Hand nehmen und dann draufdrücken und dann kriegt irgendeiner ein. Oh. Alter. Ey. Also für sowas, für sowas bin ich... Oder hast du hier schon draufgedrückt? Weiß ich nicht. Ja, du musst da draufgedrückt haben. Normalerweise läuft hier ein Sound ab und wenn der weg ist, wenn Digit kommt, dann musst du drücken. Du hast wahrscheinlich draufgehalten. Dann ist ja normal Dateien, Chris. Du hast hier draufgehalten. Du musst hier erst drücken, wenn was kommt. Ach so. Ja, nice. Bei dir läuft. Ja, okay, da hab ich das Spiel falsch verstanden. Ja, zu meinen Gunsten. Alter, aber auf was war der jetzt eingestellt? Zwei. Bis vier geht. Also der Doppelte. Okay. Ich dachte, was schreist du so? Alter, das war echt eklig, ne? Alter, wenn das Stufe zwei ist... Alter, wenn das Stufe zwei ist... Spielen wir mal als Trinkspiel. Ja, aber wie ist denn das? Der hat jetzt eingekriegt, wenn er draufgehalten hat, oder? Ja. Ich weiß nicht von... Die, die das kennen. Wie ist das? Ja, wann ich draufgedrückt hab. Ja. Gut, dann eigene Dummheit. Ja, eigene Dummheit. Gib einfach mal Strom... Strom Game bei Amazon ein oder so. Oder Elektrizität. Da wirst du das finden. Da wirst du den Lügendetektor finden. Und das Ding dann auch. Alter, ist halt ganz geil. Trinkspiel ist halt auch, ne? Du drückst da, wenn du voll bist, automatisch drauf. Jetzt bist du wenigstens wach. Ja, jetzt bin ich da, Alter. Ja, ich hab alle! Boah! Alter, sick! Okay, jetzt bin ich gespannt. Alter, wie geil ist das denn? Ist das geil? Wie geil ist das denn, Alter? Okay, was ist drin? Aber Freunde, dann starten wir mal rein hier. Macht Bock? Ich hab den Anfang gemacht, danach musst du, ne? Okay. Also, Dings. Ich hab's nicht gelesen, aber deine Reaktion finde ich gut. Ach, Mann. Ich mach nen Kopf, wenn ich runterkomm, zählt das, okay? Freunde, passt auf. Zehn Minuten muss ich jetzt alles mit Ja beantworten. Für jeden Fehler, den ich mache, krieg ich nen Handschlag von Broski. Erstmal nen Kopf. Geil! Und wenn der Kopf ready ist, ab dann starten die zehn Minuten. Ich könnte jetzt auch einfach nach oben gehen und, ne? Finde ich gut. Ehre, Ehre, Ehre. Jetzt bin ich aber auch. Das ist geil. Hast du ne Münze? Oder musstest du keine reinwerfen? Du musst ja hier wirklich auch Münzen reinschmeißen, ne? Voll geil. Dann willst du wieder reinpacken gleich? Ja, wobei, solange das aktiv ist, macht's ja keinen Sinn. Ja, ja, nein. So, okay. Ey, das macht voll Laune, ey. Muss ich packen runterfahren mit dem. Ein bisschen wie auf Wackiermes, ey. So. Ey! Ja, Junge! Alter, wie geil ist das, Mann? Hast du das nicht als voll auch? Dass wir voll machen können? Dann sehen die Leute das besser. Ja, den draußen fangst du jetzt. Wir können ihn gleich auch näher anschieben, Freunde. Ja, guck mal. Ja. Das war ein langer Spaß. Kette ist zu weit oben. Da, jetzt geht's. So, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Wie mache ich den Lachs auf? Das ist ein geiles Ding, Alter. Warte mal, 30 Euro oder so. Wie mache ich den Lachs auf? Wie blöd? Nur ein bisschen drücken. Ja, einfach so andrehen. Ein bisschen drücken. Ja, okay. Wir gucken zusammen rein, Freunde. Ey, du musst den Zehner einfach so verlosen. Ja, okay, Freunde. So, du musst jetzt 10 Minuten lang zu allem Ja sagen, ne? Hat dich mein Prank tief im inneren Herzen gebumst? Ja. Sehe ich heute einfach nur bezaubernd aus? Ja. Nice. So, Freunde, jetzt hier. War das Teil denn teuer? Ja. Fuck! Scheiße! Ah, das war so gut eigentlich. Der war eigentlich gut. Ja. War gut. War, ja, war richtig gut. Okay, also beide in 5,50er? Ja. Cool, du hättest eh nichts anderes sagen können. Steini, also Pack Battle beide mit einem Bronzepack. Ja. Ey Steini, bezahlst du gleich eigentlich das Essen? Ja. Wenn ich heute nochmal auf die Idee kommen sollte, wenn meine FIFA Points leer sind und ich nochmal aufladen wollen würde, lässt du heute schon was springen, oder? Beteiligst du dich ja schon, oder? Ja. Oh, geil. Fui! Fui! Jaaaa! 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 Schreini, da du ja ein Ehrenmann bist, ne? Und ich dich jetzt fragen würde, weil ich ja noch sehr jung bin und keinen Bartwuchs hab, ne? Würdest du mir diese Strafe bitte erlassen? Ja. Danke. Würdest du mir die doch erlassen? Was ich sag und was ich mach, das ist ja egal, ne? Du hast mir die Strafe erlassen. Nein, ich nehme die Strafe natürlich mit. Aber das ist krass, Alter, eigentlich ist das mit am schlimmsten, wenn du die ganze Zeit ja sagen, weil du kannst damit eigentlich alles auskommen dann. Jaaaa! 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 Also manchmal kann man aber auch Glück haben. Mhm. Auf was ist der jetzt eingestellt? Ja, jaaaa! Nee, kannst du nicht angestellt. Jaaaa! Komm hier! Hau drauf! Ist es lautstärke? Jaaaa! Jaaaa! Ehrlich? Jaaaa! Jaaaa! Du kannst jetzt nichts anderes außer Ja sagen. Es ist Lautstärke! So, Fragen! Hat Broski einen Fußfetisch? Ja, auf jeden Fall. Habe ich. War ne Lüge. Nix gemacht. Hat nix gemacht? Nö. Junge, ich hab das Game ausgekontert, Mann! Sicherlich. Ausgekontert, dat Game! Gleich nur noch auf 4. Jaaaa! Jetzt gehts! Jetzt gehts! Ist dein Plenis größer als 3mm? Aaaa! Jaaaa! Geht doch! Ja, Mann! Ich hab nen dicken Schwanz! Aaaa! Okay, jetzt gehts! Haben wir doch die Technik gewuppt! Aaaa! Schon sagen, Alter! Kann nicht wahr sein hier! Fuck! Ach guck mal, jetzt gehts auch! Die sind unangenehm! Ja! Die sind unangenehm! Die sind unangenehm! Schreiben sie rein! Mein Haar hat halt 4mm! Irre! Junge, das ist nicht vor Ort genommen, das ist Genitalbereich genommen!